Moin seins und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von... Stopp, stopp! So, mit dabei im TS, der liebe Pin-Wasser. Aufhören, aufhören. Ich hab 99,87% und ich habe euch gleich ein doppeltes Video. Wir testen den Dorn-Blaster. Hat der Pin leider nicht. Und mein Level-Up. Und es sind auch einige dabei. Wir zocken auf der Netfarm-Zombie. Alle wollen dabei sein, mich bei meinem Level-Up unterstützen. Ich bin euch dankbar, Leute. Und da geht's los. Ach ja, dass solange keine Videos mehr kamen. Also, ich möchte nochmal kurz die Geschichte erzählen. Wenn das Video hochkommt, dann ist es ja inzwischen wieder soweit. GP, wir haben gleiche Team-Deathmatch-KD. Aha. Interessiert mich jetzt. Also, pass auf. Wenn das dann, dann liegt das an folgendem Grund. Ich und... Also, wir hatten... Zumindest ich und meine zwei Freunde. Die beiden hatten einen Streit, äh... Beim YouTube-Channel. Und... Ja, das Problem war halt, dann hat der eine das Passwort geändert, hat der andere wieder. Und das Ende vom Lied war dann halt... Leute, den hab ich doch geschlagen. Ich hab sogar seine Leiste gesehen. Hä? Nimmt der mal gut. Und das Problem war halt, der, ähm... YouTube meinte dann, verdächtige Aktivitäten auf unserem Channel festzusperren, da wir doch noch das Passwort geändert haben. Und hat dann einfach mal kurz hat den YouTube-Channel gesperrt. Jetzt wär er eigentlich, wie ich in einem Beitrag geschrieben hab, der übrigens vom Alex wieder gelöscht wurde. Vielen Dank an dieser Stelle. Wäre eigentlich der YouTube-Channel Mittwoch wieder frei gewesen. Aber Alex war sehr ungeduldig und hat sich am Montag wieder angemeldet. Das heißt, der Channel wird erst mit ein bisschen Glück wieder am Montag nächste Woche freigeschaltet sein. Dein Ernst, Pin. Was? Ja. Die Waffe. Die ist ungehabt. Leider. Hä, wie ist die ungehabt? Boah. Ich hab dir eigentlich Moxedat gemacht, hab egal. Hundehaufen. Hast gelesen? Hundehaufen. Ja. Einfach Hundehaufen. Da kommen die so ungehabt, das ist scheiße. Warte mal, ich lauf mit dir mit. Komm, wir zeigen uns jetzt mal unsere mega special, ultra, super, duper, mega special Camperstelle. Komm. Ich kann grad nicht. Ich muss damit die Chaos können, okay. Da kommt noch einer, GP. Ja, ich seh's. Ich war grad am Chat mit der Joni. Machst du nix. Ja, machst du nix. Komm, wir gehen jetzt hier zu unserer ultra mega special Stelle. Nee, gehen wir nicht. Aber da willst du, willst du. Komm, das geht. Was? Willst du nicht gehen? Äh, na doch, gehen wollen schon, aber ich weiß, dass du mich sowieso direkt anleben wirst. Ich seh dich, du gehst grad hoch. Weiß du gar nicht. Das wirst du dann schon sehen, wenn's bei dir grün durchfällt. Wenn's soweit ist, ne? Ja, genau. Was kämpfst du denn da oben auf dem Dachboden? Äh. Na ja. Einfach präventiv jetzt, oder was? Mach doch mal was, du bist der einzige Zombie, du musst da was machen. Lass mich doch. Boah, bist du schlecht. Spaß. Pinbuster ist doch nicht schlecht. Pinbuster ist gut. Siehst, er hat so gleich ein Angeheat und mein Pink ist grad so rot wie die Verkehrsampel. Du leckst übel. Ja, jetzt nicht mehr. Ich leck wie mein Damen halt so. Ich bin übrigens gerade dort, wo du nicht bist. Ja, zum Glück. Ich glaub, Pin weiß, wo ich jetzt bin. Ne, weiß ich nicht. Doch, weißt du. Ach komm, Alter, wie OP ist die denn? Boah. Fucking OP. Ey, Pin, warum kommst du nicht zu mir? Ne, du bist mir zu uninteressant. Ach so. Jetzt hast du meine Gefühle verletzt. Ja, der ist mir... Boah, ey. Und Brickshot. Ja, guck dir das an, ey. Ist der Zombie überhaupt Zombie-Modus? Das ist eher Brickshot-Modus aktiviert. So, und Zombie machen wir jetzt auch mal ganz gechillt Brickshot, also. Kriegst du sowieso nicht gebacken. Ja, das weiß ich, aber man kann's ja mal probieren. Oh, doch. Loll, Lack. So, wir kommen, jetzt gehen wir schnell, schnell, schnell. Lauf, Pin, Basta, lauf. Reite geschwind durch Nacht und Wind, wie ich mit meinem Kind. Dein Ernst? Ja. Aber ich warte immer noch auf dich an unserer Standardstelle, mein Schatz. Äh, ja, ich bin aber nicht da. Ist mir egal. Außerdem werde ich dich infizieren. Du wirst mich infiltrieren, ich weiß schon. So, wo bist denn du? Oh, da ist wieder einer Brickshot, da gibt's, da war's nur noch einer. Ja, und ich, ne? Hör mal, lass dich doch Brickshotten, ist doch nicht schlimm. Wirklich, es will dir niemand wehtun. Zombies haben nämlich kein Empfindungsvermögen. Fuck! Fuck! Oh, oh, mein Herz! Ich hab mich grad einen halben Meter höher mit der Kackwurst geschraubt, ey. Meiner. Oh, 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 oh. Mit deiner Wacken Quali hast du ja fast jeden schon gedisst. Du nennst jeden Bruder, obwohl du ein Hurensohn bist. Das warst du, ne Punchline von Perplex gegen Kinder Grey. Jawohl! Nein! Ja! Oh, verdammt. Hat jemand die Kaktusknarre? Fragt hat jemand Fett im Chat. Komm, die holen wir uns. Ich schleiche mich jetzt gerade. Du schlechst dich zwar gut an, aber eins und zwei Runde vorbei. Eins und zwei Runde vorbei, okay. Eins, zwei, drei Runde vorbei, so macht man das. Pass auf, ich mach jetzt mal was Lustiges. Schnell, lauf, 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 lauf. Ach, fuck. Jetzt kommt der hier nicht mehr hoch, der kommt hier nicht mehr hoch. Hehehe. Guck mal, der kommt hier nicht hoch, der kommt hier nicht hoch. Oh, das tut mir aber leid. Oh. Willst du hoch? Da willst du hoch, Babo. Ja, willst du hoch? Da kommst du nicht hoch. Ja, da bin ich Zombie. Tschau, hast du nun davon? Ach, Yolo. Kommst du zu unserer verabredeten Stelle? Nee. Schade. Ich verpiss mich jetzt. Ich war zum üblichen Platz auf dich, Schatz. So, lass uns mal gucken. Hier ist kein Schwein. Da oben ist der letzte. Ich weiß, wo der letzte ist. Na, 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 na. Da und ihr ja nicht. Pass auf. Drei, zwei, eins. Meins. Hä, wo ist denn der jetzt? Alter, ist... Der ist ein Scherz jetzt. Komm. Jetzt hab ich extra mein Warpy wegen dir gezündet. Und da ist er Level ab. Oh nein, scheiß. Sterne General 5. Und ich hab freigeschaltet die goldene Beetle 1 S. Sieben Tage. Und es gibt kein weiteres Item für die nächste Beförderung. Ah, das ist herrlich. Dann. Freust du dich nicht? Ja, Johnny meint immer noch Low-Rang. Ja, aber, weißt du, Johnny mit seinem Kiffer-Rang, ne? Alter, der Rang sieht voll geil aus. Na gut, Leute, also. Genauso wie Low-Grad 500. 500. Na gut, also dann, Leute. Das war's von mir. Wir sehen uns an meinem nächsten LP wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao. Ach ja, und noch kurze Werbung. Guckt mal auf Filmbusters YouTube-Channel vorbei. Die werde ich dann verlinken.